SWR 2 Tandem Bedingungsloses Grundeinkommen Die Idee ist schon alt und geht auf einen Vorschlag des amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlers Melton Friedman zurück. Das war 1962. Finnland will es nun testen. Die Niederlande experimentieren damit. Und die Schweiz wird am 5. Juni per Volksentscheid darüber abstimmen. Bedingungsloses Grundeinkommen In Deutschland steht es noch nicht auf der politischen Agenda, aber dafür gibt es eine private Crowdfunding-Initiative, die Grundeinkommen von 1.000 Euro für jeweils ein Jahr verlost. Autorin Regina Burbach stellt die Initiative vor. Mut statt Existenzsorgen. Ich bin Marcella, ich bin 22, komme aus Berlin. Marcella, beziehungsweise Marci werde ich genannt. Ich sitze in der U-Bahn und immer wieder sehe ich zwischendurch Menschen und überlege, was wäre, wenn dieser Mensch jetzt in der Gesellschaft mit BGE leben würde. BGE, das ist die Abkürzung für Bedingungsloses Grundeinkommen. Ich bin fasziniert davon, wie weit das gehen kann. Ein bedingungsloses Grundeinkommen ist ein monatliches Geld, das ein Staat all seinen Bürgern und Bürgerinnen zahlt, unabhängig vom Alter oder ob sie arm oder reich sind. Es ist eine gesicherte Existenzgrundlage, mit der keine Gegenleistung verbunden ist und keine entwürdigende Bedürftigkeitsprüfung, wie sie in Deutschland bei Hartz IV angewandt wird. Keine Überwachung, keine Wegnahme der Selbstbestimmung. Marci hat das Leben mit einem bedingungslosen Grundeinkommen ausprobiert. Vier Monate lang. Als ich noch im Klamottenladen gearbeitet habe und auch die Geldsorgen hatte und ganz viel auch gemacht habe, aber ich hatte irgendwie nicht den freien Kopf für Schule. Sie machte neben der Arbeit das Abitur nach. Ich hatte irgendwo die Neugier, aber ich war dann immer so müde und habe mich wirklich lieber einfach ins Bett gelegt, anstatt noch was zu lesen oder so. Sie hatte ein Zimmer in einer WG und zwei Jobs, Verkauf und Babysitting, aber das Geld, das sie dabei einnahm, reichte nicht einmal für das Nötigste. Sie erzählt mir das, als das Experiment hinter ihr liegt. Es begann für sie alles im Mai 2015 in Berlin. Da trat sie ein Praktikum an beim Verein Mein Grundeinkommen in einem alten Postgebäude in Kreuzberg an der Hochbahn. Jeden der vier Praktikumsmonate bekam sie 1000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen. Das Praktikum ging vor drei Monaten zu Ende. In einem Büroetagenflügel des alten Posthauses warte ich nun in der Sitzecke auf den Chef von Mein Grundeinkommen. Diesen großen hellen Raum mit hohen Fenstern teilen sich drei Startups. Auf einer Seite ist gerade Meeting, auf der anderen sitzen Leute über Laptops. Ich bin Michael Bohmeier. Gründer und Geschäftsführer, 31 Jahre. Ich habe das große Glück, selbst so ein Grundeinkommen zu beziehen. Ich habe vor vielen Jahren eine Internetfirma gegründet und von der zahle ich mir jetzt eine Gewinnausschüttung monatlich aus. Das sind knapp 1000 Euro und dafür muss ich nicht mehr arbeiten. Und das hat mein Leben radikal verändert. 2014 fing er an, per Crowdfunding Geld zu sammeln, um Grundeinkommen von 1000 Euro zu verlosen. Jeweils für ein Jahr unter allen, die sich im Internet auf meingrundeinkommen.de anmeldeten. Und das hat mich total fasziniert, was im Leben noch drinsteckt, wenn diese Arbeit und Einkommen entkoppelt voneinander sind. Er lebt von 1000 Euro, die er selbst erwirtschaftet hat. Das ist seine freie Entscheidung. Bemerkenswert finde ich, wenn schon 1000 Euro so einen großen Freiraum bedeuten, wie groß ist dann wohl der Freiraum für jemand, der jede Stunde des Tages braucht, um mit Lohnarbeit überhaupt auf 1000 Euro zu kommen? Da ist dann kein Freiraum mehr übrig. Das bedingungslose Grundeinkommen würde das ändern. Und dann dachte ich, das müssen wir doch mal ausprobieren. Vielleicht sollte ich noch eines herausstellen. Das bedingungslose Grundeinkommen vom Staat gäbe es nicht obendrauf. Es ist, wie der Name sagt, der Grund, der Sockel. Wenn ich 3000 Euro Gehalt hätte, dann wären davon 1000 zum Beispiel Grundeinkommen. Und hätte ich kein Gehalt, hätte ich aber immer die 1000 Euro Grundeinkommen. Bedingungslos. Hartz IV gäbe es dann nicht mehr. Ich würde sagen, dass Grundeinkommen eine relativ leicht umzusetzende Änderung an unserem System ist. Es ist eine gewaltfreie, friedfertige Veränderung. Es ist eine Veränderung der Möglichkeiten und nicht des Zwangs. Wer heute arbeitet, kann genauso weiterarbeiten. Wer sich verändern möchte, kann es einfach tun. Denn Grundeinkommen gibt echte Freiheit. Echte Freiheit hat man dann, wenn man die Freiheit hat, Nein zu sagen. Das haben wir heute nicht. Heute hat man die Wahl, wie man sich zu Markte trägt. Aber ob man sich überhaupt zu Markte tragen will, das wird eigentlich niemand gefragt. Und dieser Möglichkeitsraum eröffnet sich mit Grundeinkommen. Und da gibt es ganz viel Platz für neue Ideen, für Verbesserungen. Bis Februar 2016 wurden schon 33 Jahres Grundeinkommen verlost. Und 38.210 Menschen haben die mit ihren Spenden finanziert. Mit Durchfell kleinen Spenden von 5 Euro, 10, 20, 30. Die Idee, ein Praktikum mit Grundeinkommen auszuschreiben, hatte er bei einer Zufallsbegegnung. Wir waren eines Abends in der Kneipe und da habe ich einen jungen Menschen kennengelernt, Marcel. Und dieser Marcel wollte ein ganzes Grundeinkommen spenden, genau gesagt 4. 4 mal 1.000 Euro. Und da habe ich gesagt, das nehmen wir gerne an, er könnte das bei uns machen. Und wir hätten auch eine Idee, wir würden das nämlich einfach gerne weitergeben an eine bedingungslose Praktikante. Sonst wäre es in den Lostopf gekommen. Diese große Spende eines Einzelnen war jetzt aber so ungewöhnlich und prädestiniert eigentlich für ein kleines Experiment. Auf der Website des Vereins war am 27. April 2015 zu lesen, Marcel verschenkt ein Grundeinkommen. Ist der Lottokönig, Industrieller, ein reicher Erbe? Gespannt klickte man das zu der meldunggehörige Video an. Warum ich das mache? Ich bin jetzt 24 Jahre alt und ich bin das erste Mal in meinem Leben in der Situation, dass ich mir das leisten kann, dass ich mehr als zwei Grundeinkommen verdiene. Das muss man sich kurz mal auf der Zunge zergehen lassen. Da schenkt einer, der gerade so mal im Moment ganz gut über die Runden kommt, jemand anderem 4000 Euro. Weil ich noch die Situation kenne von vor zwei Jahren, da habe ich mich ungefähr entschieden, meinen Job zu kündigen und ich wollte Unternehmer werden. Und das hat am Anfang nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ich habe halt weniger Geld verdient, als ich gebraucht hätte, um auch Miete zu zahlen. Und habe deshalb auch für eine lange Zeit auf Couches von Freunden gewohnt und musste halt wirklich mit meinem Geld haushalten. Und habe auch gemerkt, wie negativ sich das auf Kreativität und Unternehmergeist auswirken kann. Und das zu fördern, dass jemand seinen Träumen folgt und das macht, dass er wirklich will, finde ich, ist das eine sehr gute Investition, dieses Geld dann in ein Grundeinkommen zu investieren. Es blieb jetzt abzuwarten, wie sich dieser Sonderfall weiterentwickeln würde. So, guten Tag. Ein neues Video. Marcel, wie er die erste Online-Überweisung von 1000 Euro macht. Wir haben am 1. Mai um 14.21 ihren Überweisungsauftrag erhalten. Vielen Dank für den Auftrag. So, geht. Also ich kriege weniger Muffensorten, als erwartet. Jetzt ist das eigentlich gar nicht so schlimm. Marcy in Berlin sah das Video zu Hause am Laptop und wusste noch nicht, dass sie selbst wenig später aus den Bewerbungen als Praktikantin gewählt werden würde. Und bin jetzt auch gar nicht davon ausgegangen, dass sie noch einen Praktikanten oder eine Praktikantin suchen. Ich dachte, die gäbe es schon. Und als wir dann Marcy kennengelernt haben, war relativ schnell klar, das ist unsere Type. Marcel im Rückblick sagt über seine Spende. Es ist ja viel Geld, das vergeht. Und vielleicht bereue ich das ja, weil ich das dann vielleicht später brauche. Und oh Gott, jetzt geht es mir richtig schlecht. Das war aus keiner Laune heraus. Das hatte er hin und her überlegt. Weil er ja selbst davon ausging, dass sein Sicherheitsdenken jetzt mit 24 sehr wahrscheinlich weniger ausgeprägt war, als wäre er 50. Er hatte sich Rat geholt, aber entscheiden musste er selber. Die Logik ist, ich brauche es gerade nicht. Jemand anders braucht es. Wieso zur Hölle nicht? Aber was ist denn, wenn morgen die Situation anders aussieht? Und mir dann keiner hilft. Ganz schrecklich. Zwei Wochen nachdem Marcel die ersten 1000 Euro gespendet hatte, stand auf der Website von mein-grund-einkommen.de, Marcella ist unsere neue Praktikantin. Interessant wurde es dann, als die Arbeit losging. Also als Marci dann wirklich bei uns im Büro saß. Denn mit dieser Bedingungslosigkeit geht ja auch einher, dass wir von ihr nichts verlangen können. Naja, das war nicht nur schön. Das war dann irgendwie voll schwer, wenn man da in so ein gemachtes Team reinkommt. Genau genommen hätte Marci nicht mal im Büro auftauchen müssen. Das Grundeinkommen hätte sie so oder so gehabt. Es war ja bedingungslos. In jeder Weise. Also, dass ich ihr zum Beispiel keine Anweisung geben will. Und deswegen haben wir einfach gesagt, du kriegst Zugang zu allem. Du kannst fragen, was zu tun ist. Aber wir werden dich nicht beauftragen. Das war der Kern des Experiments. Es ging darum, das Wort bedingungslos in Verbindung mit dem Grundeinkommen konsequent erfahrbar zu machen. Wie es sich anfühlt, Geld zu bekommen, ohne dass eine Gegenleistung verlangt wird. Aber manchmal waren es mir fast zu wenig Aufgaben. Und dann habe ich mich aber auch in der Position gesehen, dass ich auf den Tisch schauen kann und sagen kann, ich will jetzt was machen. Und ihr sagt mir jetzt, was ich machen soll. Weil ich bekomme mein Geld ja so oder so. Ich habe ja nicht die Angst vor meinem Chef oder so, dass ich mich jetzt daneben benehmen könnte. Ich kann ja ganz offen sein. Ich kann Kritik üben, wenn ich es für angebracht halte. Und genau davon habe ich dann auch Gebrauch gemacht. Marcy machte ein Videotagebuch, wie es ihr mit dem Grundeinkommen ging. Zwischen Praktikum, Babysitting und Abiturnachmachen, den Job im Klamottenladen hatte sie aufgegeben, setzte sie sich zu Hause vor die Kamera. Ist ein komisches Gefühl. Noch bevor die 1000 Euro auf ihrem Konto waren, drückte sie auf Aufnahme. Hallo, ich bin Marcella. Ich bin 21 Jahre alt. Ich komme aus Berlin. Sie schilderte auch offen ihre Bedenken. Und jetzt auf einmal da so eine Internetplattform zu haben, wo man sich irgendwie, ja, sich preisgibt. Und wo sie den Leuten da draußen, weil sie ehrlich sein, auch sagen musste, dass sie, seit sie den Spender des Geldes vom Video kannte, nun dauernd überlegte, was der jetzt wohl dachte. Weiß ich nicht. Ich dachte die ganze Zeit so, der hat doch bestimmt total die Erwartungshaltung und jetzt ist da irgendjemand und die Alte kriegt jetzt sein Geld, so nach dem Motto. Und dann waren die 1000 Euro tatsächlich da. Es waren so viele Nullen. Ich glaube nicht, dass ich immer zu viel Geld auf dem Konto hatte. Und dann habe ich mir erstmal einen neuen Staubsauger gekauft. Unsere Staubsauger waren nämlich schon ganz lange kaputt in der WG. Das war so mein Highlight dann erstmal. Insgesamt aber fühlte sich für Marci das alles noch nicht gerade blumig an. Im Video-Update sagte sie. Zum Beispiel hatte ich letzte Woche auf jeden Fall total das Schuldgefühl gegenüber Marcel. Ich habe den zum ersten Mal jetzt persönlich kennengelernt und danach ging es mir irgendwie überhaupt nicht gut. Ich war total schlecht gelaunt, wahrscheinlich auch gerade, weil er so jung ist, weil er in meinem Alter ist. Und es kam mir dann irgendwie falsch vor, dass ich jetzt dieses Geld von ihm bekomme. Auch wenn das Geld gar nicht direkt von Marcel an sie kam, sondern über den Verein. Leistung, Gegenleistung, so ist das gesellschaftlich eingeimpft in uns. Aber um Gegenleistung geht es ja nun gerade nicht beim bedingungslosen Grundeinkommen. Nee, es ist ja bedingungslos. Das ist ja die Idee. Das ist ja der Glaube an das Gute im Menschen, dass jeder das verdient hat. Davon ist Marcel nach wie vor überzeugt. Aber als er die erste Überweisung gemacht hatte, so etwa 14 Tage danach, war ihm dann doch etwas mulmig. Aus anderen Gründen, wie er im Video sagte. Was mir nämlich aufgefallen ist, dass ich doch Angst hatte und habe, dass ich hier Geld abgebe, was ich vielleicht selber super gut brauchen könnte in einem halben Jahr. Und das verstärkt sich jetzt bei mir, weil ich ja jetzt eine Person vor mir sehe, die jetzt im übertragenen Sinne tatsächlich ja abhängig von mir ist. Ich habe einfach Schiss, dass ich möglicherweise jetzt meinen eigenen Träumen nicht mehr folgen kann, weil ich mich committed habe. Marci mit Grundeinkommen war jetzt ohne Geld sorgen. Das ist so tiefgreifend, dass man Schwierigkeiten hat, das so zu reflektieren. Aber nee, also ich habe jetzt nicht mit Geld um mich geworfen. Ich kaufe mir, wenn dann Dinge, die ich halt wirklich gerne mag. Mein meisteres Geld gebe ich für Essen aus, aber das fand ich okay. Und ich bin auf jeden Fall irgendwo tiefenentspannt. Die Entspanntheit hielt aber nicht durchgehend an. Sie wurde torpediert von dem Gefühl, etwas anderes könnte vielleicht schlimmer kommen. Und es kam schlimmer. Und das hatte mit Marci selbst zu tun. Sie setzte sich immer mehr unter Druck, um die Zeit zu nutzen und etwas Besonderes aus ihrer Chance zu machen. Denn irgendwann würden die vier Monate Grundeinkommen ja auch vorbei sein. Ganz am Anfang waren ihr die noch lang vorgekommen. Hallo, ich habe mich ein bisschen übernommen, muss ich sagen. Also ich hätte gerade am liebsten, dass der Tag 30 Stunden lang ist, damit ich einfach noch mehr erledigen kann und noch mehr machen kann. Und meine Waschmaschine biebt. In den öffentlichen Diskussionen um das Grundeinkommen taucht standardmäßig der Satz auf, dann arbeitet doch keiner mehr. Als würde kein Mensch mehr seinen Zielen und Überzeugungen nachgehen. Und auch werden die 23 Millionen Freiwilligtätigen, die die Bundesregierung regelmäßig im Freiwilligensurvey ermitteln lässt, ganz vergessen. Würden freiwillige Feuerwehrleute mit Grundeinkommen keine Brände mehr löschen? Das Interessante ist, wenn wir sagen, da geht ja keiner mehr arbeiten, wir sprechen immer nur von den anderen. Wenn man die Menschen mal wirklich statistisch fragt, würden sie denn weiter arbeiten mit Grundeinkommen? Sagen 90 Prozent, ja natürlich, ich habe da mein soziales Umfeld, meine Anerkennung. Und das hat natürlich auch einen Sinn. Arbeit hat ja ganz oft einen Sinn. Und fragt man die exakt gleichen Menschen, würden die anderen denn weiter arbeiten mit Grundeinkommen? Dann sagen diese Leute zu 80 Prozent, Nee, die würden auf der faulen Haut liegen. Und das sagt ja ganz viel über unsere Gesellschaft aus. Aber es geht ja gar nicht darum, dass einer etwas tut für das Geld. Ganz schön hartnäckig, das angelernte Denken. Das bedingungslose Grundeinkommen wäre allein dafür da, dass allen Menschen das Nötigste an Geld sicher wäre. Dass sie vor allem anderen erst einmal leben könnten, ohne zur Bestellerei gezwungen zu sein. Essen kaufen, Miete zahlen, Strom, Heizung, Wasser und so weiter. Das ist halt so eine Grundhaltung momentan, dass wir uns das nicht gegenseitig gönnen. Man muss etwas tun, um, und ich denke durchaus, dass der Mensch im Stand ist, das ganz anders zu sehen. Aber dazu muss er halt auch tatsächlich selber in der Verfassung sein, dass es ihm gut geht. Genauso wie bei mir, als ich es mir leisten konnte, Menschen einzuladen und Menschen Geld zu geben und zu sagen, hey, alles entspannt. Da fiel mir das super leicht. Und davor war es so, ja, okay, ich kann dir jetzt nichts leihen oder es zwickt mich jetzt, weil ich brauche das morgen selbst. Bei so viel gegenseitigem Misstrauen sollten wir auch die ganz praktische Frage stellen. Wie gut kann man in Deutschland eigentlich leben, von 1.000 Euro zum Beispiel, wenn eine Einzimmerwohnung 30 Quadratmeter in München-Unterschleißheim oder Hamburg-Ottensen schon 500 kalt kostet? Die Menschen mit sehr kleinen Einkünften würden durch Grundeinkommen am meisten gestärkt. Kein Amt könnte sie mehr zwingen, jeden entwürdigenden Billigjob anzunehmen. Es gibt so viele Effekte, derer wir uns bewusst sind, dass zum Beispiel, das wissen wir alle eigentlich, dass der aktuelle Prozess, in dem Hartz IV beantragt wird, ein bisschen erniedrigend ist auch. Man muss alles offenlegen und muss da halt als Bittsteller hinkommen. Und das ist ein harter Prozess. Das wissen wir alle. Aber irgendwie haben wir noch das Gefühl, wenn wir gerade nicht in der Lage sind, dass es dann okay ist, wenn die, die gerade irgendwie unten sind, das dann durchmachen müssen. Noch extra. Aber mal ehrlich, das passiert doch so schnell, dass jemand dann mal arbeitslos wird und da nicht so schnell wieder rauskommt. Hier vorne wird halt noch renoviert und dann haben wir ein bisschen mehr Platz, weil gerade ist es ein bisschen eng vorne im großen Büroraum. Hier genau, hier stehen wir jetzt auch zwischen dem Sägemehl oder was immer das ist. Wir waren gerade bei Geldsorgen, ne? Kennst du das eigentlich von früher oder so? Geldsorgen sind etwas, die auf jeden Fall, obwohl ich erst 22 bin, mein Leben schon begleitet haben, seit ich ganz klein bin. Meine Eltern waren selbstständig und hatten ein Restaurant, das lief nicht so gut. hatten wir eine lange Zeit weniger Geld zur Verfügung als eine Familie, die Hartz IV bekommt. Später haben wir in Hartz IV gelebt, als dann das Restaurant Servent gegangen ist und meine Mutter hat lange Zeit keinen Job bekommen als Erzieherin und auch dann, als sie einen hatte. Alleinerziehend mit zwei Kindern Erzieherin, da verdient man nicht genug Geld, um seine Kinder zu ernähren. Meine Mama hat so viel weniger gelacht in der Zeit, als wir diese Sorgen hatten, wo wir doch immer davon sprechen, dass wir so ein reiches Land sind. Und jetzt später bei mir war das auch ähnlich. Ich habe keinen BAföG bekommen. Hartz IV wollte ich nicht. Da wurde ich in meiner Kindheit dann ausreichend abgeschreckt und ja, habe gemerkt, wie einem das kaputt macht und wie viel man an sein Potenzial irgendwie in den Sand setzt, weil man so viel Kraft damit aufgibt, darüber nachzudenken, wie man weitermacht. Man will ja einfach nur Freiheit im Kopf haben. Ja, und dann war tatsächlich der Kopf frei. Durch 1000 Euro. Ja, und irgendwann ging es mir richtig gut damit. Die Umstellung dauerte etwas. Die Gewöhnung daran, keine Angst mehr zu haben, wie bezahle ich die Miete. Also ich denke, so nach einem Monat da, nach dem ersten Monat, habe ich auf einmal gar nicht mehr an das Geld gedacht, weil das total nebensächlich wurde und in den Hintergrund gerückt ist. Und dann ging es darum, meine Arbeit, wie ich mich engagieren kann, wie ich bei meiner Familie sein kann und meinen Freunden und für die Schule lerne. Und da habe ich so eben die wichtigen Dinge im Leben irgendwie so, wie es weitergeht und zukünftige Dinge. Und um die habe ich mich gekümmert. Das ist ja nur, Geld ist ja nur da, damit ich mein Leben machen kann und nicht der Grund, weshalb ich lebe oder arbeite. Für mich nicht. Alle Grundeinkommensversuche in der Welt haben gezeigt, die Menschen arbeiten sehr wohl weiter. Sie waren zufriedener, gingen weniger zum Arzt, mehr Kinder machten Schulabschlüsse. In den USA wurden zwischen 1968 und 79 vier große Feldversuche unternommen. Präsident Nixon legte einen Gesetzesvorschlag zum Grundeinkommen für Familien mit Kindern vor, der nur mit knapper Mehrheit abgelehnt wurde. Nachzulesen unter anderem beim Nachrichtenportal vox.com Bei Versuchen in Seattle und Denver wurde bekannt, dass die Scheidungsrate anstieg, weil Frauen durch das eigene Grundeinkommen weniger abhängig waren von ihren Partnern. Einige Medien stellten diesen Aspekt ins Rampenlicht. Und so blieb von den komplexen Studien all der Jahre in den Köpfen im Wesentlichen eines zurück, Grundeinkommen sei schädlich für die Familie. Das Experiment wurde eingestellt. Hey, Update von Marcy. Also. Viertes Video-Update. August 2015. Das Grundeinkommen ist jetzt für sie nicht mehr nur das Geld, das ihr monatlich die Existenz sichert. Sondern, dass es auch eine wahnsinnige Freiheit in mir erzeugt. Und Mut. Zum Beispiel haben wir immer wieder Probleme in der Wohnung. Und ich habe mir ganz lange verboten, darüber nachzudenken, auszuziehen. Ich wohne ja in einer WG. Und ich möchte eigentlich da gar nicht ausziehen. Und egal, wohin ich jetzt ziehen würde, ich würde mehr bezahlen. Und deshalb war das für mich ausgeschlossen. Und jetzt, es hat mir so ein Gefühl von Freiheit gegeben und so eine Erlösung, dass ich allein, wenn ich wollte, ausziehen könnte. Und das hat mich irgendwie ganz mutig gemacht. Und ich bin jetzt viel besser gelaunt, ob ich jetzt ausziehe oder nicht. Ich weiß erst mal, dass ich kann. Das Praktikum ist vorbei. Marcy ist jetzt angestellt bei mein Grundeinkommen. Ihre offene Art und ihre Entschlossenheit haben überzeugt. Für ihre Arbeit wird sie fair bezahlt und sie kann sich dabei weiterentwickeln. Das ist genau, was sie wollte. Wir stehen beide in dem leeren, halbfertigen Raum und klopfen uns das Sägemehl von den Jackenärmeln. Draußen fängt es an zu dämmern. Und die Hochbahn rauscht vorbei. Definitiv Selbstbewusstsein. Also, das ist ein richtiger Boom gewesen. Und Selbstbewusstsein habe ich gemerkt, was ich sicherlich vorher auch hatte, aber was irgendwie unterdrückt war. Und weil ich immer mit anderen Dingen beschäftigt war und auf einmal kann man und macht man. Ein vom Staat gezahltes Grundeinkommen braucht ein neues Denken, das auf mehr Vertrauen basiert. Wie sagte Marcel vorhin? Das ist ja die Idee. Das ist ja der Glaube an das Gute im Menschen, dass jeder das verdient hat. Und damit verbunden wäre auch ein neues Denken über Arbeit, weil bezahlte Arbeit für immer weniger Menschen möglich ist und es viele Bereiche gibt, in denen wertvolle gesellschaftliche Tätigkeit gar nicht als Arbeit anerkannt und entlohnt wird. Es ist ein Denken, das schon begonnen hat und sich nicht aufhalten lassen wird, an der praktischen Umsetzung zu arbeiten. Und das nicht zuletzt bewegt wird durch die angeblich so unpolitische und orientierungslose Generation Y. Ein Mensch wird nicht faul, wenn er Sicherheit bekommt. So funktionieren wir nicht. Sonst hätten wir uns wahrscheinlich evolutionsbiologisch gar nicht durchgesetzt an die spitze der Nahrungskette. Wir haben ja alle einen Drive. Mein Blick auf andere. Ich habe auf jeden Fall viel mehr Blick für andere. Ich sitze in der U-Bahn und es tut mir immer wahnsinnig weh, wenn ich Familien sehe, wo die Mutter irgendwie nach ihrem Geld gucken muss. Und wenn ich Rosenverkäufe im Restaurant sehe und wenn ich Straßenzeitungsverkäufe sehe, das hatte ich auch schon vorher, aber das konnte ich nicht so an mich ranlassen. Und das ist für mich jetzt dadurch einfach, dass ich weiß, dass es auch so einfach anders sein kann. Mut statt Existenz sorgen. Ein Probeleben mit bedingungslosem Grundeinkommen. Von Regina Burbach.